Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zum nächsten Trailer am 25.10.2020. In erster Linie gibt es wieder Neuigkeiten aus dem Hartz-IV-Newsletter. Und die sind gar nicht mal so unerfreulich diesmal. Zwei Sachen noch zu Corona, am Ende wieder ein bisschen Musik. Könnt ihr dann schauen bei Bitshoot, könnt ihr gucken bei VK, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen, den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile und ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.